Grüße, schön, dass ihr da seid. Was gibt es Schöneres, als die Mitte der Woche mit den Goal News zu feiern? Gar nichts. Wir haben heute diese Themen für euch. Luis Suárez wurde dem BVB angeboten, Braco schießt gegen Levi, die Juve-Fans sind nicht glücklich über die Ablösesumme für die Licht und Pep äußert sich zu den Neymar-Gerüchten. Das und mehr jetzt bei den Goal News. Wo ist eigentlich Luis Suárez? Gerade vereinslos. Seit er verragt bei Atletico nicht verlängert wurde, ist er auf der Suche nach einem neuen Klub. Krass eigentlich, dass ein Spieler seiner Qualität noch keinen gefunden hat, auch wenn er schon 35 Jahre alt ist. Zwischenzeitlich stand ja ein Wechsel zu River Plate im Raum, aber das hat sich jetzt zerschlagen. Und jetzt berichtet Sky, dass Suárez dem BVB angeboten wurde. Bitte, die Meldung kam aus dem Nichts. Aber der BVB braucht ja einen Stürmer, weil Sebastian Aleja wegen eines hohen Tumors ausfällt. Gute Besserung an der Stelle. Der BVB braucht einen Stürmer und Suárez ist ein richtig, richtig guter Stürmer für ein Jahr. Ein richtig, richtig guter Stürmer ist auch Robert Lewandowski. Tja, ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass der hier nie wieder auftaucht nach seinem Wechsel zu Barca. Nein, das Thema ist noch nicht durch. Denn Hasan Salihamidzic hat ein bisschen geshootet in Richtung Lewandowski. In einem Interview mit der Zeit hat er gesagt, Zitat, er habe wirklich 0,0 Verständnis für den Transferpoker des Polen. Und als Spieler hätte er es damals anders geregelt, nämlich intern und mit sich selbst. Okay. In der Causa David Alaba hat Braco übrigens Fehler eingeräumt und gesagt, rückblickend hätte man einem so verdienten Spieler keine Deadline setzen müssen. Das hätte er heute anders geregelt. Das klingt doch versöhnlich. Apropos so langsam versöhnen sich die Braco-Hater mit dem Bayern-Sportverstand. Und bei den Bayern-Fans schlägt er langsam zum Goat auf. Denn der Wechsel von Matthias Dillich zum FC Bayern ist durch. Das ist nach Mane, Gravenberg und Masraui der nächste dicke, dicke Transfer. Viel wurde über die Ablösesumme berichtet und spekuliert. Und spekulieren müssen wir jetzt nicht mehr. Denn Juventus ist ein börsennotierter Verein. Und das heißt, der Klub muss die Ablösesumme öffentlich machen. Die liegt bei 67 Millionen Euro fix plus 10 Millionen Euro maximal. 10 Millionen Euro leistungsbezogene Boni. Die Juve-Fans sind von diesen Zahlen gar nicht begeistert. Und das haben sie auf Twitter auch zum Ausdruck gebracht. Verschenkt habe man Dillich als Pagliacci, also Clowns wurden die Juve-Verantwortlichen bezeichnet. Und eine Frau hat geschrieben, dass Bayern hätte 90 Millionen Euro zahlen müssen und dass ihr siebenjähriger Sohn sich das restliche Geld jetzt vom Weihnachtsmann wünscht. Okay. Und die Braco-Hater, wo sind die jetzt? Zuletzt Neymar zu Manchester City. Das würde dem eh schon unfassbaren Transferfenster nochmal die Krone aufsetzen. Zuerst hat er Le Parisien vom Interesse der Sky Blues berichtet. Aber Pep sagt, nein, City ist nicht interessiert. Beziehungsweise der englische Sun hat er wortwörtlich gesagt, Zitat, es tut mir leid, aber es stimmt nicht. Neymar ist ein unglaublicher Spieler und ein unglaublich netter Kerl. Aber das stimmt nicht. Nun, City wird es also nicht. Zuletzt macht ein Jahr Berichte die Runde, dass PSG Neymar unbedingt loswerden will, obwohl sich sein Vertrag automatisch bis 2027 verlängert hat. Jetzt berichtet Le Kipp aber, dass ein Wechsel in diesem Sommer vom Tisch sei. Diese Info kann Pep leider nicht bestätigen oder dementieren. So, das waren die Goal News für heute. Und jetzt schreibt eure Meinung in die Kommentare. Sollte der BVB bei Luis Suarez zuschlagen? Und ist der Preis für die Licht ein Stil? Marktgerecht oder zu teuer? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind gespannt. Morgen ist Tiziana für euch da. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Untertitelung des ZDF.